Hallo Sportfreunde, ich begrüße euch aus Weimar heute, Aufbauzyklus Nummer 8. Das ist das Training vom Montag. Diese Woche führe ich zweimal enges Bankdrücken aus, also heute am Montag und am Donnerstag. Ich habe das normale Bankdrücken komplett mal rausgelassen, um einfach den Trizeps mal ordentlich zu fördern. Das war dann der letzte Satz und da hat mir die Handbandage einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gut, sind auch schon sehr sehr alt die Handbandagen, die habe ich schon seit 4-5 Jahren. Und naja, durch das ständige Wickeln ist der Klettverschluss auch nicht mehr der neueste. Demnächst kommen wieder ein paar neue und dann kann ich die dann entsorgen. Ja, ist dann wieder aufgegangen, ist zwar ärgerlich, aber ich habe es dann sein gelassen und habe dann das enge Drücken durchgeführt. Es lief recht zügig, im Anschluss Beugestütze, 4 Sätze, ich mache immer dann zwischen den Sätzen 4 Minuten Pause. Und hier seht ihr mal, wie ich das umschnalle, also wie so eine Kette, hinten ist ein Polster dran und da kommt dann die Handel zwischen der Kette rein. Und zum Schluss, wie immer, Kurzhandel drücken, 5 Sätze, heute auch mit 15 Kilo. Ich habe dann oben immer so eine drehende Bewegung, gut für den Brustmuskel. Ich habe dann oben immer so eine drehende Bewegung, gut für den Brustmuskel.